Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Hier bei DHL gibt es natürlich eine ganze Reihe von relevanten Themen. Und Herr Kückelhaus, Sie haben das in einem Trendradar zusammengefasst. Jawohl, also das ist unser Trendradar, den veröffentlichen wir alle zwei Jahre, wo wir die gesellschaftlichen als auch die technologischen Trends abbilden, die wir in der Logistik als relevant sehen. Was ist denn im Moment top of the list hier? Also top of the list ist zum Beispiel das Thema Green Energy Logistics. Das stimmt. Also als Kunde möchte ich natürlich möglichst wenig zur Umweltverschmutzung beitragen, wenn ich was bestelle und mir liefern esse. Genau. Und da versuchen wir Ihnen Lösungen anzubieten. Wir können ja heute bereits Ihr Paket Go Green verschicken. Das bedeutet, es ist komplett CO2-neutral, dass wir das tun können. Dafür haben wir auch bereits 9000 Street Scooter, elektrische Zustellfahrzeuge, in Deutschland im Einsatz. In der Luft das ganze CO2 freizumachen, wird noch etwas schwieriger. Aber wir sagen, bis 2050 wollen wir sämtliche logistischen Prozesse CO2 frei haben. Das ist ein Wort. Das erleben wir auch hoffentlich alle noch. Wir müssen uns Zwischenziele setzen, aber das ist schon mal ein sehr ehrgeiziges Ziel. Aber wir sagen halt auch immer, als großes Unternehmen haben wir auch eine große Verantwortung. Und die Zukunft ist nicht eine, die passiert, sondern die wir auch aktiv gestalten. Und deswegen muss man sich auch solche Ziele setzen. Prima. Bin mal gespannt. Prima. 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 Prima.